Live after SAE für dich präsentiert von Schur. Jo, hallo und herzlich willkommen zurück beim Live after SAE-Podcast. Long time now hier, wir sind heute hier zu viert. Als allererstes die Übergabe an den Kurt. Hi Curly, wie geht's? Hi Glenn. Glenn hat schon gesagt, wir sind zu viert. Wir haben zwei Gäste und wir freuen euch endlich mal wieder eine coole, junge, spannende Gründergeschichte zu erzählen. Wir haben heute da Ilan Adar und Moritz Sohnbehe. Und ja, Jungs, hi, schön dich im Podcast haben. Moin, cool, dass wir da sein können. Vorneweg die wichtigste Frage, hat Kurt den Namen Surweme richtig ausgesprochen? Nein, hat er nicht. Er hat sein Bestus gegeben. Er hat sein Bestus gegeben. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Surweme, oh Gott. Kenn ich, kenn ich. Okay, okay. Aber jetzt, wo wir schon beim Vorstellen sind. Bevor ich noch weitere Fehler mache und einfach Quatsch erzähle, Jungs, die drei großen Fragen. Wer seid ihr? Was macht ihr? Und vor allem warum? Sehr gut. Ich glaube, ich fange einfach mal ganz stumpf damit an, mich eben kurz vorzustellen. Genau, ich bin Ilan Adar. Ich habe jetzt vor einem Dreivierteljahr meinen Abschluss an der SAE gemacht. Genau, meinen Bachelorabschluss. Kann man noch gratulieren. SAE Bochum. Ja, dankeschön. Dankeschön. Ja, genau, in Bochum. Genau, Bochumer Community. Genau, und ja, so ein bisschen spannend für mich, wie es danach weiterging. Ich war so ein bisschen am Schwimmen, ne? Und hatte ein bisschen geguckt, wo geht es für mich hin? Wusste nicht genau, konnte mich nicht genau festlegen. Bin dann, ich wusste da, Mengen bei der Boulderwelt, weil ich leidenschaftlich am Bouldern bin, dann ein bisschen bei der Boulderwelt kleben geblieben. Wo ich jetzt auch nebenbei als Routenbauer aktiv bin. Aber ansonsten mache ich viel Mucke, viel Musik nebenher. Das ist so eigentlich so mein Hauptsteckenpferd. Kann mich auch gar nicht auf so ein Genre festlegen. Das ist immer so typbedingt, nachdem wie ich gerade drauf bin, worauf ich gerade am meisten Bock habe. Ist immer alles dabei. Was mir immer gut, was ich gerade so am meisten höre, gibt es meistens so einen Künstler, den feiere ich. Und dann mache ich irgendwas in die Richtung. Genau, stimmt, noch so ein paar Fakten. 22 Jahre alt, wohnen in Dortmund. Dritte Frage noch, warum machst du das? So eine Zeitversicherungsnummer. Warum? Warum? Ja, stimmt, warum mache ich das? Zumindest jetzt, wenn wir das, genau, es geht jetzt hier um Noiseworks. Genau, wir haben, also Moritz hat mich vor, lass es im Mai gewesen sein, dann hat er mich ins Boot geholt. Ich möchte auch gar nicht vorwegnehmen, gar nicht zu viel vorwegnehmen. Genau, da hat er gesagt, ey, ich habe da was am Laufen, mega cooles Projekt und ich brauche Unterstützung. Und Moritz und ich hatten in der Uni halt schon viel miteinander zu tun. Und ja, dann kam so eins zum nächsten, hat gesagt, ja, hier, das ist so unser Produkt, das ist ein Plugin, das ich entwickelt habe und das soll irgendwie auf den Markt. Er hat gesagt, wir brauchen, ich brauche Unterstützung beim Marketing, das soll irgendwie cool bei den Leuten ankommen, wir müssen ein paar Videos drehen und ja, das letztendlich den Leuten gut präsentieren. Und da hat er mich dann mit ins Boot geholt. War natürlich eine grandiose Idee, weil ich habe absolut überhaupt keinen Plan von dem Kram. Ich habe nichts in Richtung Marketing gemacht. Ja, da müsst ihr gleich nochmal genau drüber sprechen, genau. War ziemlich on, ja, ich war ziemlich on fire. Das war, das war für mich dann auch so ein bisschen eine Tür, die sich geöffnet hat. Und Moritz und ich haben halt in der Uni mega gut zusammengearbeitet. Und ich hatte dann einfach, vor allem nachdem wir uns das erste Mal getroffen haben, einfach mega Bock darauf, das zusammen mit ihm da an den Start zu bringen. Und da habe ich auch einfach uns mega gut verstehen. Ja, und so habe ich dann beschlossen, DIY-mäßig mir mal den ganzen Kram drauf zu schaffen. Sehr gut. Lass den Schwenk rüber machen zu deinem Geschäftspartner, Moritz. Auch die drei Fragen an dich. Wer bist du, was machst du und warum? Go. Ja, ich bin Moritz, so wehme, habt ihr ja schon gehört. 22 Jahre alt. Ich war eigentlich nie so groß der Musiker, muss man direkt mal zum Anfang sagen. Ich habe bei der SAE angefangen und da habe ich vorher mit FL Studio rum experimentiert und hatte da auch mega Spaß dran, das war voll mein Ding. Aber ich war nicht musikalisch großbegabt. Ich war immer eher so an der technischen Seite interessiert. Ich habe auch schon Musiker aufgenommen, bevor ich an der SAE war eine Zeit lang. Und ja, dann bin ich in der SAE immer so mehr Richtung Mixing tendiert. Ich bin immer so bei der technischen Seite geblieben. Und ich hatte schon immer irgendwelche Plugin-Ideen, weil ich war auch immer sehr, ich habe mir immer sehr viele Plugins angeguckt, hatte total viel auf dem Rechner. Und ja, dann irgendwann hatten wir ein Marketing-Modul und da muss man dann ein Unternehmen sozusagen theoretisch durchgehen. Und da war Ilan übrigens auch schon mit drin in meiner Gruppe. Und da hatte ich eine Plugin-Idee, haben wir da genommen, und zwar AutoEcho hieß das damals noch. Das war im Grunde ein Delay-Plugin mit ein paar extra Effekten und Multiband. Das heißt, dass man verschiedene Delay-Times für verschiedene Bänder einstellen kann. Und dann stand die Bachelor-Arbeit an und ich dachte mir, ich will nicht irgendeine Bachelor-Arbeit machen, die ich danach dann gar nicht mehr brauche. Ich will irgendwas machen, wenn ich mich schon so sehr mit einer Sache beschäftige, dann will ich auch irgendwas machen, was ich interessant finde. Und dann habe ich mir diese Challenge gesetzt, ein Plugin zu entwickeln, was ein bisschen bescheuert war, weil ich konnte zwar ein bisschen Java programmieren von der Schule früher und hatte Informatik im Abi, aber ich war, weiß Gott, kein Programmierer. Aber ja, mit viel Schmerz hat das dann geklappt irgendwann. Und ja, das lief gut und da dachte ich, das will ich als erstes Produkt raushauen. Da will ich eine neue Version von machen, die ich als Produkt raushauen kann. Und ich will meine anderen Plugin-Ideen vervollständigen. Das war sozusagen mein Test für mich selber. Kann ich das machen? Kann ich Plugins entwickeln? Und ja, ich habe mich einfach verliebt in diesen Arbeitsprozess des Entwicklens. Das ist irgendwie so eine abstrakte, komplexe Sache, mit der man dann aber ganz neue Sounds kreieren kann. Und ich liebe es einfach. Klar, okay. Jetzt haben wir schon echt viel Information. Ich würde echt nochmal zurückrudern, dass wir das so ein bisschen aufbauen können, auffächern können. Ihr seid ja zwei verschiedene Charaktere, haben wir jetzt schon euch kennengelernt. Der eine ist eher so der Kreative. Und du hast ja gerade selber gesagt, du bist da eher auf der technischen Seite. Und jetzt vereint ihr das Ganze. War das, oder Moritz, du hast es ja gerade schon gesagt, für dich war immer Plan, in diese Entwicklungsschiene wahrscheinlich reinzugehen. Ilan, wie war das denn bei dir? Du hast dich ja jetzt so drangehangen, sage ich jetzt einfach mal. War das auch immer so deine Absicht? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, was war meine Absicht? Ich war dem einfach sehr offen gegenüber. Aber wie gesagt, direkt nach dem Studium hatte ich nichts Konkretes für mich ins Auge gefasst. Es war so ein bisschen so ein, ach, es fiel mir schwer, mich jetzt in diesem Moment festlegen zu können. Das war dann die erste Zeit in meinem Leben, sage ich mal, wo ich mal nichts zu tun hatte. Und die habe ich dann auch einfach sehr genossen. War dann aber auch irgendwie sehr dankbar, dass sich dann diese Tür mir ermöglicht hat. Ah ja, wie war das für mich? Es ist schwierig zu sagen. Ich hatte, was das angeht, einfach kein konkretes Ziel. Und jetzt bin ich einfach sehr dankbar, dass ich das mit Moritz machen kann. Weil A, Moritz hat einfach echt tolle Ideen. Ich arbeite wahnsinnig gern mit ihm zusammen. Wir sind echt ein cooles Team. Vor allem so, wie du gerade sagtest, du diese, ich bin, ich sage mal, ich bin so ein Freigeist. Und ich habe dann hier eine Idee, da eine Idee, hier eine Idee. Und dann wurschtelt das irgendwie alles in einem Video zusammen oder so. Und dann bin ich mir aber froh darum, das Moritz dann rüber pushen zu können. Und dann bringt er noch mal so ein paar strukturierte Gedanken mit da rein. Und dann kann ich da wieder mich ein bisschen rumtoben. Das klappt immer wahnsinnig gut. So ist es dann eher so, dass man dann, ich sage mal, lieber zu viele Ideen haben. Und dann ein paar verwerfen, als nach Ideen suchen. Finde ich echt spannend, dass du das so sagst, dass du noch gar nicht genau wusstest, wo es danach hingehen soll. Weil bei ganz vielen ist es ja der Fall, ich will Musik produzieren oder mischen, wenn man jetzt über den Fachbereich Audio spricht. Und jetzt frage ich mich gerade, wieso hat die SAE es nicht geschafft, den Studenten zu vermitteln, welche Berufswege es gibt. Weil das sollte eigentlich das Ziel sein, oder? Da müsste ich quasi so ein bisschen die SAE, wie sage ich mal, den Rücken stärken. Nee, das war gar nicht der Fall. Das war mehr eine eigene, bewusste Entscheidung zu schauen, wo geht es für mich hin. Ich habe hier und da ein bisschen Filmton mitgemacht. Dann habe ich bei ein paar Freunden, war ich dann ein bisschen als FOH unterwegs. Auch alles Dinge, die mir Spaß gemacht haben, wo ich mir auch hätte gut vorstellen können. Ja, ey, das ist eigentlich voll nice. Je nachdem, was so kommt, da fuchse ich mich rein. Ich hatte auch eine Zeit, da ich mich sehr intensiv mit Game Audio befasse. Also dann wirklich über Monate hinweg. Dann vor allem hier mit Twice gibt es dann ja so diese Demo-Version Cube. Das hat jeder ja irgendwie mal offen gehabt, zumindest in der SAE selbst. Macht mega Bock, ist voll das geile Ding. Man kann sich unglaublich gut darin verlieren. Aber für mich war es einfach der Moment, dass ich einmal durchatmen konnte, musste ich ein bisschen vorstellen. Ich kam direkt von der Schule, dann habe ich meine Ausbildung gemacht zum Metaller und die hat mir auch nicht viel Spaß gemacht. Bin dann direkt fließend in die SAE und dann kam so nach der SAE dieses halbe Jahr. Ah, geil, so, okay, lass mal durchatmen. So, jetzt ist auch mal gut und jetzt probiere ich alles aus. Und dann so nach einem Dreivierteljahr, das war eigentlich so quasi perfekter Zeitpunkt, kam dann Moritz auf mich zu. Und das war dann für mich der Moment, boah, geil, da habe ich A, Bock drauf, weil ich lerne wahnsinnig viele Dinge. Ich muss mich mit vielen Dingen auseinandersetzen, die ich noch nicht kenne. Und es ist eine perfekte Möglichkeit zu wachsen. Also einmal mit Moritz zusammen zu wachsen, das bin ich total dankbar drum. Und auch so ein bisschen sich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Es fängt ja mit ganz, ganz vielen Kleinigkeiten an, so Work-Life-Balance. Ich habe ja gesagt, ich bin nebenbei im Routenbau in der Boulderwelt Dortmund tätig. Das ist auch eine Riesenleidenschaft von mir. Aber dann ist halt auch die Frage, wie kriege ich das alles unter einen Hut? So, wie organisiere ich mich? Und dann hat man natürlich auch irgendwie eine Freundin und ich möchte auch gerne mit ihr viel Zeit verbringen. Und das sind dann so die Kleinigkeiten, dass man die Sachen aussucht und da auch, ich sage mal, priorisiert, die einen glücklich machen. Und das ist etwas, das lernt man nicht, wenn man sich nicht mal solchen Situationen aussetzt. Und vor allem so, ich sage mal, so punkto Lebensweisheit ist das jetzt gerade für mich ein Riesenabschnitt, wo ich unglaublich viel für mich mitnehmen kann. Und ich war nicht gespannt darauf bin, was so in den nächsten Jahren kommt. Sehr gut, sehr gut. Moritz, ich habe eine Frage. Wenn du, wie kommt man denn auf die Idee? Und das finde ich super beeindruckend zu sagen, ich kann eigentlich nur ein bisschen JavaScript. Und ich habe wahrscheinlich noch keine Programme gebaut und kompiliert und so. Ich baue jetzt ein Plugin. Wie steht man vor diesem Berg? Ich bringe mir was bei, was ich noch gar nicht kann und fängt dann einfach an. Das ist mir unbegreiflich und ich habe einen Riesenrespekt davor. Boah, also ich glaube, ganz ehrlich, es war wirklich auch der Reiz der Challenge. Ich sage einfach ganz ehrlich, es lief wirklich gut bei mir notentechnisch an der SAE. Wenn ich mir Mühe gegeben habe, hatte ich eine super Note. Und ich wollte irgendwie mehr. Ich hatte irgendwie, ich hatte mega Spaß daran, aber ich wollte irgendwie was, ich weiß nicht, ich wollte irgendwie mehr bei der Bachelorarbeit. Ich kann das gar nicht so genau beschreiben. Und ich hatte das so im Kopf und ich dachte mir, wenn du es jetzt nicht machst, wann denn dann? Und ja, ich habe viel früher mit der Bachelorarbeit angefangen als alle anderen. Ich habe... Ah, okay. Also jetzt nicht so zwei Monate vorher. Bestimmt neun Monate oder... Jetzt nicht so zwei Monate vorher. Ah, Moment, ich muss ja langsam nochmal anfangen. Weil das erlebt man halt auch oft. Nee, auf keinen Fall. Nee, ich habe neun Monate mindestens vorher angefangen. Wow. Und ich habe viel, ich habe wirklich viel daran gearbeitet. Ich habe sogar die Abschlussprüfung vom Diploma, war das glaube ich, habe ich sehr zurück, habe ich sehr nach hinten geschoben, wegen meiner Bachelorarbeit, die da schon am Laufen war. Und ich wusste noch ganz genau, ich musste in der Abschlussarbeit, musste ich dann eine Stereo-Mikrofonie aufbauen. Hat alles geklappt beim ersten Versuch, so war es jetzt nicht. Aber ich hatte eigentlich, ich war schon so in der Plugin-Sache drin, dass ich schon, dass ich mir schon nochmal richtig Mühe geben musste bei der Abschlussarbeit. Das war, ich war da irgendwie komplett drin. Ich weiß auch nicht, es hat mir irgendwie total Spaß gemacht in dem Moment. Finde ich spannend, weil das ist die Frage, woher kommt dieser Drive? Einfach nur Bock haben oder hast du im Leben noch ein richtig großes Ziel, irgendwie der Plugin-Developer zu werden? Da muss ja irgendwo eine Flamme hinterstecken, oder? Ja, ich glaube, bei der Plugin-Entwickler werden, da wäre es genau dasselbe wie Leute, die Musik produzieren, nur um der Musikproduzent zu werden. Du musst halt einfach Spaß am Weg dahin haben und du willst was Geiles raushauen. Du willst einfach was Geiles machen, wo du denkst, das hast einen Mehrwert für dich. Und das ist bei Plugins, finde ich, genauso wie bei Musik oder was weiß ich. Ich habe letztens ein total interessantes Interview von Rick Rubin gesehen und da hat er gesagt, dass eigentlich Künstler immer komplett aus eigenem Drive handeln müssen und dass es sehr, sehr eindeutig absehbar ist, wann ein Künstler nur kurzzeitigen Erfolg hat, weil er auf eine Welle aufspringt oder ob er das wirklich machen will. Dann hast du auch das Joe Rogan-Interview geguckt. Ja, das ist genau das von Joe Rogan, habe ich gesehen. Habe ich mir auch komplett reingezogen. Sehr gut. Okay, dann kann ich verstehen. Dann aber trotzdem noch die Frage, warum noch ein neues Plugin? Wir haben auf dem Markt zigtausende Delay-Plugins, die auch teilweise echt alle geil sind. Und woher kommt dann der Mut zu sagen, ey, ich hau trotzdem noch eins raus, ich baue das besser oder ich baue ein Feature ein, das scheinbar noch nirgendwo vertreten ist. Woher nimmst du das? Ich finde, einmal sind sehr viele Plugins einfach unglaublich ähnlich. Warum gibt es so viele LA-2A-Emulationen? Warum gibt es so unglaublich viele Analog-Kompressor-Emulationen? Money. Alles, was sie machen. Ja, genau. Money. Die komprimieren toll und dann haben die am Ende noch so einen Emulator dabei, der dann irgendwelche analogen Transistoren nachbaut. Aber man kann sich eigentlich sehr viel davon, finde ich, schenken. Und ich finde, diese digitale Domain, die gibt einfach neue Möglichkeiten und so. Im Bereich vom Delay-Plugin fand ich es halt super interessant, Effekte innerhalb der Feedback-Loop zu haben. Und dann kann man sozusagen, ich weiß nicht, ob ihr den Reverb von FabFilter kennt. Da kann man dann die Decay-Times, kann man dann je nach Frequenz anpassen, dass die hohen Frequenzen zum Beispiel schneller abfallen als die Tiefen. Klar. Und wenn, jetzt hat das Plugin zum Beispiel ein EQ-Modul und dann packe ich das in die Feedback-Loop und dann hat man Decay-Times zu verschiedenen Frequenzen für ein Delay, was ich super cool finde. Ja. Was über Umwege zum Beispiel bei Echo Boy auch geht, aber was halt einfach alles kein gutes, also man benutzt es nicht bei Echo Boy. Ich weiß nicht, ob ihr Echo Boy habt, aber Echo Boy kann viele coole Sachen, aber in der benutzt man sie kaum. Ja, klar. Echo Boy kennen wir, glaube ich, alle und vor allem auch das UI. UI und wenn man auf eure Homepage geht, Link auch in den Shownotes dazu, da sieht man ja auch schon mal das Plugin. Man kann es übrigens auch als Trial runterladen, ich glaube für 14 Tage, können also alle Hörer gerne machen. Und da sieht man ja auch, dass es wesentlich aufgeräumter geht, von meinem Kopf in Richtung FabFilter oder die Valhalla-Sachen, die sind ja teilweise auch richtig schon aufgeräumt vom User-Interface und die kann man einfach bedienen. Und Soundtoy ist so cool, die Dinger sind und klingen, die kann man doch nicht benutzen. Also da kriege ich echte Augenkrebs. Das ist so klein und undeutlich, sorry. Ich benutze das ja auch jeden Tag und das ist heftig. Deswegen freue ich mich immer, wenn man ein cooles Produkt hat. Ja, finde ich interessant, dass du Valhalla da erwähnt hast. Valhalla ist auch mein absolutes Vorbild. Klar. Dien Costello heißt der, der Entwickler. Der hat auch, bei dem läuft das ähnlich wie bei uns, einen Entwickler und in seinem Fall ist die Frau fürs Marketing und für den Vertrieb zuständig. Aber kommt auch das Gleiche hinaus und ich finde, der macht auch unglaublich gute Plugins. Also ich bin ein Riesenfan vom Vintage-Verb zum Beispiel. Also, Jungs, jetzt haben wir sehr unkonkret, also wir wissen jetzt ungefähr, was ihr macht, aber wir haben noch nicht konkret genannt, drüber gesprochen, wie es dazu gekommen ist und was ihr eigentlich genau macht. Ihr habt eine Firma gegründet. Deswegen seid ihr hier und deswegen ist das so spannend. Die heißt Noiseworks. Wie kam es dazu, dass ihr Noiseworks gegründet habt? Wie entsteht die Idee, okay, ich mache es so derart ernst in meiner Bachelorarbeit, dass ich ernsthaft jetzt eine Firma gründe und da mir was aufbauen möchte? Da muss ich jetzt wieder antworten, weil das war noch ein ganz kurzer Moment, bevor ihr dann dazu gekommen seid. Alles gut. Ich hatte einfach total, weiß ich nicht, ich habe keinen anderen Weg gesehen. Ich dachte mir, wenn ich mich darauf fokussiere, dann jetzt und ich will nicht irgendwas anderes machen, womit ich dann Spaß habe, aber dann immer im Hinterkopf behalte, du hättest vielleicht das ja auch mal mit einem Plugin probieren können oder sowas und das wollte ich einfach auf keinen Fall und ich wusste, dass es mir mega Spaß macht und deswegen habe ich keinen Grund gesehen, es nicht zu tun. Also ich dachte mir, wenn es einen Moment gibt in meinem Leben, wo ich das probieren kann, dann ist es jetzt. Kann ich nachvollziehen und vor allem, Moritz, auf deinem Instagram sieht man auch ein paar Posts, dass du ja auch Rap mischst oder gemischt hast und ich schätze mal, dass dann auch aus einem Need die Idee kam. Also du hattest wahrscheinlich auch die Plugins, die viele von uns nutzen und die haben nur so gut funktioniert und dann hat es natürlich Sinn gemacht, selber, wenn man den Drive hat, so ein Ding zu entwerfen, was ja eigentlich ganz cool ist. Klar. Sehr gut. Alright. Genau, Multilay heißt übrigens das Produkt, über das wir die ganze Zeit sprechen, das ist dieses Plugin. Ihr habt noch ein weiteres, habe ich zumindest auf der Produktpage gesehen, das heißt Gain Aim. Wollt ihr da auch noch drüber sprechen? Kann man das auch schon? Ja, ich habe gesehen, das ist noch oben im Putter drin. Achso. Naja, whatever. Ja, wir haben genau, jetzt kommt bald vorbei, ich will gar nicht zu viel wegnehmen. Es kommt bald ein neues Plugin raus, genau, Gain Aim. Ein ziemlich geiles Lautnis-Tool, mit dem man ziemlich coolen Scheiß machen kann. Also so sei es Gain Matching oder als Gain Rider, das zu verwenden. Ich benutze es mittlerweile selber sehr viel bei meiner eigenen Produktion, ähnlich wie Multilay, weil mir das so viel Spaß macht, damit rumzubasteln. Genau, das kommt jetzt bald raus, da läuft bald die nächste Kampagne an. Ich bin da auch ziemlich Hype drauf, bin ich gespannt, auch was so für Feedback kommt. Das ist immer so das. Ihr sagt doch mal Bescheid, weil Thema Podcast, ich editiere die Dinger ja hier, so ein Vocal-Leveler ist nie verkehrt zu haben. Zieh mir auf jeden Fall gerne das Trial runter. Ja, können wir dir rüber schmeißen, auf jeden Fall, das ist ja kein Problem. Sehr gut, sehr gut. Mich interessiert das total. Ihr seid zu zweit. Und weil das Spannende daran ist, ihr seid beide Audios. Plugins benutzen, haben wir alle gelernt. Aber wir haben nicht gelernt, wie man programmiert, wir haben auch nicht gelernt, wie man Grafiken macht und wir haben auch nicht gelernt, wie man Marketing macht. Ihr macht jetzt Marketing, Grafiken und programmiert. Und das ist gut, ich muss sagen, Multilay sieht mega geil aus. Wie macht ihr, wie teilt ihr euch da auf? Wer macht was? Ist das alles DIY? Habt ihr Hilfe? Nutzt ihr Externe? Wie funktioniert das so in der Entwicklung bei euch? Man muss dazu sagen, ich glaube, Moritz ist vor allem, was das Programmieren und was das User-Interface angeht, einfach krass talentiert. Also da braucht man auch, das ist einfach, also so nicht zu ungut, das ist einfach mega, du bist einfach mega stark drin. Danke für den Punkt. Gerne, gerne. Man muss noch dazu ein bisschen mit einwerfen, dass wir nicht nur zu zweit gründen, sondern wir haben noch so ein bisschen in der, ich sag mal in der Hinterhand, genau, Deborah Adal, das ist meine Schwester, die hat, oder studiert gerade an der HDM in Stuttgart, studiert die User Experience, ich weiß nicht genau, Studiengang nicht, aber hat auch Psychologie studiert. Und die ist ziemlich gut, wenn es dann darum geht, irgendwie ein Design gut zu bewerten oder auch über unsere Website drüber zu schauen oder solche Dinge. Da holen wir ganz viel Feedback von Deborah mit ein, da uns das auf jeden Fall gut weiterbringt. Und letztendlich, man ist ja, das ist auch, also gründen kann, was das angeht, irgendwie auch sehr dankbar sein, wenn es dann darum geht, Marketing selbst zu machen. Und das sind alles Dinge, die sind, klar, das ist kompliziert, man muss sich da irgendwie reinfuchsen, aber das ist alles kein Hexenwerk. Also, so auch, falls Leute zuhören, die einfach Bock haben, selber zu gründen, ich, zumindestens ich merke gerade selbst, für mich war das immer so ein riesiges Ding von wegen, so, oh Gott, wie soll ich überhaupt jemals selber gründen? Also, A, zu zweit ist das sowieso schon mal was ganz anderes und B, die Dinge, die man bewältigen muss, je öfter man das macht, umso banaler wird es. Und auch, wenn es dann darum geht, sich irgendwelche Dinge selber drauf zu schaffen, keine Ahnung, es fängt dann an, irgendwie mit einem Videoschneiden und eigentlich habe ich ja Tonsound studiert und mit Schnitt hatte ich überhaupt gar nichts am Hut. Und dann geht es halt irgendwie darum, eine Werbekampagne zu schalten und dann, klar, du musst Videos angucken auf YouTube, aber du findest zu jedem Teilbereich, findest alles, findest einfach alles. Und das ist einfach unglaublich, unglaublich dankbar, da im Internet umzusuchen und man kommt einfach gut voran. Klar, man braucht seine Zeit und ein bisschen Geduld, logisch, aber irgendwie, das funktioniert, das funktioniert einfach, das finde ich irgendwie schön. Bei mir könnte man vielleicht nochmal sagen, ich habe es auch nicht komplett alleine hinbekommen am Anfang. Ich hatte, bei der Bachelorarbeit braucht man immer einen Mentor und da hatte ich jemanden gefunden, den habe ich sogar über seinen YouTube-Kanal gefunden, zufälligerweise. Ähm, der hobbymäßig, ähm, an Plugins rumgebastelt hat und entwickelt hat und, ähm, der hat mich während der Bachelorarbeit ab und zu mal unterstützt und dann gibt es noch so ein Entwicklungsforum, ähm, wo man auch immer sehr viele Fragen stellen kann. Ähm, da habe ich dann auch manchmal die Leute mit meinen Noob-Fragen genervt, ähm, und ja, also so hat sich das dann entwickelt. Ähm, aber ja, genauso wie Ilan sagt, also am Anfang sehr viel auf YouTube reingezogen, immer über alles Mögliche, ähm, und, ja. Arbeit reingesteckt. Mich würde auch noch interessieren, konkret, yo, ähm, wie sieht denn so die Konzeptionierung aus? Also habt ihr zum Beispiel standardmäßig ein Trello-Board, wo du deine Ideen erstmal in eine Bahn reinschreibst und dann schiebt ihr das auf in the Making und dann, ähm, genau, und dann schreibt ihr den Prozess da rein und der Rest geht dann zu Ilan. Genau, beschreibt das vielleicht nochmal konkret. Also der Entwicklungsprozess von A bis Z oder wie wir den organisieren, genau? Ähm, erstmal die Organisation, finde ich sehr interessant, wie ihr das macht. Oh, kann man, aber so, kann man sich fast so vorstellen, wie du es gerade, äh, beschrieben hast. Ähm, wir arbeiten, äh, Achtung, Schleichwerbung, wir arbeiten viel mit Notion, das funktioniert super. Ähm, klar. Ja, und, äh, genau, letztendlich, wir haben dann immer so ein Weekly Meeting und dann besprechen wir uns, okay, gut, wie sieht die nächste Woche aus? Und dann geht es natürlich darum, dann erklärt mir Moritz, wie weit er damit ist, irgendein Plugin zu programmieren. Wir haben ja noch mehrere in der Pipeline für die Zukunft. Und dann gucke ich, okay, gut, wie kann man das am besten vermarkten, so, wie sieht gerade der Markt aus, so, was gibt es bereits, so, wo ist so unser USP, ähm, und wie können wir den am besten herauskitzeln? Und dann denke ich mir ein paar Videos dazu aus oder irgendwie, äh, irgendwelche Instagram-Posts oder alles, was in diese Richtung geht, was halt diesen USP unterstützt. Und dann bespreche ich mich mal ganz viel mit Moritz, wir schicken uns dann über Drive immer viele Dinge hin und her. Ja, äh, freuen uns auch sehr darauf, dass wir es bald nicht mehr machen müssen, weil bald haben wir unser eigenes Büro und können dann zusammen direkt nebeneinander sitzen. Sehr cool. Jetzt gerade ist die noch im Homeoffice, aber da freuen wir uns wahnsinnig drauf, dass wir da bald nebeneinander sitzen können. Ähm, und genau, so, so organisieren wir uns. Wir versuchen natürlich auch, Prozessabläufe, die immer wieder stattfinden, auch zu standardisieren. Also, bei mir geht es jetzt darum, dass ich ein kleines Konzept entwickle, dass, wenn ein Plugin veröffentlicht werden soll und die Kampagne anläuft, dass dann ein, ich sag mal, so eine Timeline, so eine feste Timeline für bestimmten Content auf bestimmten Webseiten, dass es dafür so ein Framing gibt, an den ich mich jedes Mal richten kann. Dann weiß ich auch immer direkt, okay, gut, ich muss das und das und das machen. Jedes Mal, wenn ein Plugin rauskommt und so und so lang brauche ich dafür, einfach um besser planen zu können für die Zukunft. Dann müsste ja vielleicht auch, Moritz, für dich das Thema Soundflow ganz cool sein, oder? Da kannst du auch viel programmieren auf einen Knopfdruck und dann werden 80 Befehle losgeschossen. Sagt dir das was? Soundflow sagt mir nichts. Ich habe mit Max 8 relativ viel experimentiert. Ja, Soundflow. Das ist auch so ein DSP-Ding. Ist das was Ähnliches? Ja, genau. Das ist so ein kleiner Exkurs eben Soundflow. Dafür brauchst du noch ein Stream Deck und dann kannst du dir halt auf einen Knopf sämtliche Funktionen legen. Und das funktioniert gerade sehr gut mit Pro Tools, aber auch schon mit Cubase und anderen DAWs und Excel sowieso. Und dann drückst du einen Knopf und dann macht er halt echt zehn Befehle, fünf Befehle, was auch immer du möchtest. Und du kannst dir sehr, sehr viel wegautomatisieren. Und das macht echt Bock. Und vielleicht wäre das ja auch mal was für euch. Müsst ihr euch mal reingucken. Ich benutze sehr viel die Studio One-Makros. Ich weiß nicht, ob das in eine ähnliche Kategorie fällt. Aber bin ich auch riesen Fan von Reverse Reverbs aus allen möglichen Instrumenten. Machen mit einem Klick. Es gibt kein schöneres Gefühl auf der Welt. Ich weiß, das sind sehr komplexe Dinge. Sehr, sehr beeindruckend. Super. Wo geht denn die Reise hin mit Noiseworks? Euch gibt es jetzt seit, weiß ich, nicht mal im Jahr ungefähr? Nee, kürzer. Ein paar Monate. Ein paar Monate. Ja, ja, dieses Jahr gegründet. Ganz frisch gegründet. Wo geht denn die Reise hin? Was habt ihr denn für Zukunftspläne für eure Brand, für eure Firma so in den nächsten Jahren? Wie setzt ihr euch gegen Waves durch? Wie macht ihr Waves platt? Bitte macht Waves platt. Das wäre super. Ich sage nichts Falsches jetzt über Waves. Ich sage nichts Falsches. Das Ziel ist nachhaltig wachsen. Ich glaube, dass die Qualität der Produkte sich weiter steigern wird. Also nichts für ungut. Ich finde Multilay super geil, aber Multilay hat nicht so einen krassen USP, weil es gibt halt schon viele Delays und manche denken sich dann, ja, warum brauche ich denn einen Effekt in der Feedback-Loop, wenn sie jetzt nicht so tief im Thema drin sind wie jetzt ein SAE-Student zum Beispiel. Ja, genau. Was passiert da wirklich im Hintergrund? So eine One-Loop, genau. Aber danach haben wir auch noch eine Idee für ein weiteres Effekt-Track und ja, wir wollen einfach konstant steigen, weiterarbeiten. Ja. Hammer. Sehr gut. Konstantes Wachstum. Super. Klingt ja gut. Krass. Mega. Mega. Also ich meine, wir können jetzt auch einfach, ne, ihr habt, muss ich nicht disclosen, also ihr seid SAE-Kollegen aus Borum, ihr habt offensichtlich kein Geld bezahlt, um in den Podcast zu kommen, deswegen können wir auch einfach Werbung machen. Geht einfach mal auf noiseworksaudio.com und schaut euch das mal an, also es sieht cool aus, ich hab's, ich kam noch nicht dazu, es auszuprobieren, ich möchte es ausprobieren unbedingt, auch GameAin möchte ich dann ausprobieren, weil das auch einfach so in der Daily Work einfach sicher Helferlein sein können und es cool ist, wenn man die Leute kennt, die es gebaut haben. Es ist einfach, das ist eine ganz gute Sache. Ja, das ist echt krass, das ist echt cool. Abgesehen von der Website, wo kann man euch denn noch erreichen? Erreichen ansonsten bei uns auf Instagram, auch noiseworksaudio. Man findet uns auch auf TikTok, aber da läuft gerade noch nicht so viel, aber das kommt alles und natürlich auch auf YouTube, vor allem auf YouTube, ganz wichtig, da kommen auch ganz viele Erklärbär-Videos, jetzt auch über das neue Plug-and-Gain eben haben wir ein Video gemacht, auch, da gibt's auch ein Erklärbär-Video über Multilay, genau da halten wir euch größtenteils auch so ein bisschen auf dem Laufenden, was so Plan bei uns ist und genau, da gibt's auch so ein bisschen Content und Unterhaltung auch in der Zukunft. Super, sehr gut, sehr gut. Habt ihr noch für angehende Gründer irgendwie den einen oder anderen Tipp, den ihr raushauen könnt? Vielleicht ist ja auch bei euch schon was schiefgelaufen in der Gründung und ihr könnt direkt daraus lernen und das mitgeben. Ja, ich hätte da was, plant sehr, sehr früh für welche Stipendien ihr euch bewirbt, Gründerstipendien, die können sehr nützlich sein, aber man darf dafür nicht gegründet haben für manche Stipendien und da ist es sehr wichtig, dass man sich schon wirklich Monate, vier, fünf, sechs Monate, bevor man die Firma gründet, dass man sich da rechtzeitig bewirbt, bevor man irgendwas gegründet hat. Bei uns hat das jetzt noch alles geklappt, aber das wäre die eine Sache, die ich anderen Gründern mitgeben würde, wenn ich denen was mitgeben könnte. Ja, wir hatten sogar ein Stipendium, wo wir uns, das haben wir einfach zu spät gecheckt, dass wir uns auch bewerben konnten und dann bin ich so binnen einen Tag da so eine Bewerbung zusammengeklatscht und irgendwie da 14 Stunden dran gesessen, war komplett lalla, hab das abgeschickt und ja, es kam wie es kam, musste natürlich, wurden wir dafür nicht angenommen. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich da alles reingeschrieben habe, es kann nach 14 Stunden nicht gut gewesen sein, sondern nicht mehr so ein, irgendwas muss da rein, aber gut, so ist das dann halt. Ja gut, daraus lernt man. Genau, ich hatte jetzt eine Stipendium, das habe ich dann noch so zusammengekleistert, ja, wurde nicht angenommen, war ärgerlich, war doof, naja, passiert. Ansonsten, ach, ich finde, ich bin, vor allem was dann Gründen angeht, bin ich immer sehr auf der persönlichen Schiene, dass man einfach glücklich sein soll mit dem, was man macht, weil ich glaube, es gibt viele Menschen da draußen, die kriegen dann von außen eingeträgt, ja, wenn du etwas machst, dann musst du es aber wirklich ernsthaft nicht machen und dann musst du auch wirklich da zwölf Stunden am Tag Energie und Zeit reinbuttern und das ist, im Endeffekt ist das alles Schwachsinn, weil dann brennst du nach einem halben Jahr aus und alterst zehn Jahre in dieser Zeit, da tust du einfach wirklich jedem keinem Gefallen mit, dein Umfeld nicht und dir selbst nicht, vor allem so, dass man vor allem sehr, das klingt immer so banal, aber man macht es dann trotzdem nicht, dass man wirklich auf sich selbst hört und wenn man dann irgendwie einen Tag hat und man merkt, oh, ich, Inki, heute ist, aufstehen ist schwer und ich habe mir keinen Bock und das ist, ach, es geht doch alles so kacke und eigentlich will ich lieber das machen und dann machst du das und bist damit auch noch unglücklich und dann machst du wieder was anderes, findest das auch kacke. Und letztendlich ist das dann so ein Tag, wo man dann sagen kann, ey, das ist in Ordnung, heute mal nichts zu tun und man muss sich da auch von niemandem rechtfertigen, also so Moritz und ich sind dann auch einfach ganz, ey, ich schreibe dann so, boah, Alter, ich hatte heute einfach einen Scheißtag, ich hatte heute keinen Bock auf gar nichts und dann sage ich ihnen so, ich schaffe heute nichts, so heute ist einfach ein schlechter, doofer Tag, heute ist einfach kacke. Und dass man sowas auch zulassen darf und auch sollte, weil sonst macht man sich damit unglaublich unglücklich und letztendlich, wenn man das Gefühl hat, man macht das Richtige, man hat das Gefühl, das Richtige zu tun, dann funktioniert das auch. Dinge, die man mit Leidenschaft macht, die funktionieren immer früher oder später, klappt das. Das ist, glaube ich, so eine Sicherheit, auf die man sich auch verlassen sollte, was man auch ruhig verinnerlichen kann. Finde ich sehr, sehr gut, dass du das sagst. Ich glaube, da können wir alle mitrelaten, auch alle Zuhörenden. Und ja, das ist ja wirklich so, dass diese Hustle-Mentalität teilweise echt viel mehr belohnt wird oder wurde. Ich glaube, das dreht sich ja mittlerweile auch wieder. Aber man merkt auch, zumindest jetzt bei dir, Ilan, weil ich es von dir auch jetzt gesehen habe und gehört habe, dass du auch Sport machst, also immer nochmal einen Ausgleich zu deiner Arbeit hast. Ja, auf jeden Fall. Als Routentester beim Bouldern. Und dass man immer noch, egal ob man Sport macht oder irgendwas anderes, nicht den ganzen Tag vor dem Bildschirm hängt, sondern nochmal was komplett anderes macht oder ein Buch liest. Ja, ach, irgendwas, um den Kopf abzuschalten. Das ist total wichtig und unterschätzt. Ja, ich glaube, das fasst sehr gut zusammen. Ich meine, natürlich, das ist auch was sehr Deutsches, dass man fragt, was man den Gründern mitgeben kann. Und alle Offensichtlichkeiten muss man nicht nennen, aber Bürokratie ist das Erste, was ihr genannt habt. Ja, für ein Stipendium, für das Access-Stipendium nennt sich das. Das ist von, auf Bundesebene ist das, das hat nichts mit NRW zu tun. Und wir haben vier Monate Zeit, auf deinen Antrag zu antworten. Und ich habe mir sagen lassen, dass das auch immer vier Monate dauert. Klar. Also da könnt ihr euch auch drauf gefasst machen. Oh Mann, oh Mann. Jungs, was bleibt uns noch zu sagen? Wir drücken euch absolut die Daumen. Wir finden die Produkte cool. Wir sind gespannt, dass die Produkte kommen. Wir wissen ja, ihr könnt ja nicht bei euch reingucken, was in der nächsten Zeit alles kommt. Wir werden es auf jeden Fall testen, empfehlen allen Audios es genauso zu tun. Vor allem alle. Ich meine, es sollte selbstverständlich sein, wenn ich Audio bin und von der SE kommen und coole Jungs von der SE bauen Plugins, dann hole ich mir die. Support. Das ist ja nur das Mindeste, dass man sich gegenseitig supportet, ne? Und ja, wir kommen auf jeden Fall wieder in die Show, gerne in ein, zwei Jahren. Ja, super gerne. Auf jeden Fall. Da haben wir auch dann wahrscheinlich viele, viele neue News und es ist ja vielleicht auch spannend zu sehen, was aus uns wird. Auf jeden Fall. Und ja, wir bedanken uns einfach ganz recht herzlich, dass ihr in unsere Show gekommen seid. Ja, wir haben zu danken. Danke, dass wir hier sein konnten. War mega cool. Alles klar. Macht's gut und eine schöne Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Im Sohn. Vielen Dank.